Das ist krebserregendes Nickelsulfat. Was aber cool daran ist, ich kann damit Gehirnmasse im Glas herstellen. Dazu gebe ich eine gute Menge der giftgrünen Kristalle in ein Becherglas, das mit Wasser gefüllt ist. Danach fülle ich Ammoniak in die Lösung. Es stinkt nach Fisch, also muss ich mich damit beeilen. Jetzt brauche ich ein neues Gefäß mit Ethanol. In diesem Alkohol löse ich Dimethylglyoxim. Es ist ein weißes, feines Pulver, das typischerweise dafür verwendet wird, um Komplexe zu bilden. Zum Schluss gebe ich beide Mischungen zusammen und ich genieße den Anblick des scharlachroten Stoffes, den ich hergestellt habe. Nach einigen Stunden hat sich die rote Wolke im Glas verteilt. Etwas ist unten, etwas in der Mitte und der Großteil oben. Es sieht somit einfach aus wie Gehirn im Glas.